Hi ihr Lieben! Hi! Also, zur Zeit haben wir öfters die Frage gestellt bekommen, warum wir überhaupt bauen möchten und das möchten wir euch gerne jetzt beantworten. Ja, und zwar erstens, ja, sind wir jetzt so weit, dass wir unsere gemeinsame Zukunft aufbauen wollen und für uns gehört dann Eigenheim auch dazu. Ja, zweitens sind die Immobilienpreise ja, wie ihr wisst, im Moment ziemlich hoch und ja, da wären wir einfach bei einem Neubau beim gleichen Preis gewesen wie bei einem alten Haus. Und wir haben ja bei einem Neubau auf jeden Fall die nächsten 15 bis 20 Jahre Ruhe. Ja, und müssen somit auch nichts reparieren oder es fallen keine großen Kosten an und daher war für uns dann klar, es wird ein Neubau. Ja, und man ist einfach auch individueller in der Gestaltung, wenn man neu baut. Man kann die Räume ein bisschen mehr anpassen wie bei einem Altbau. Ja, das war es eigentlich auch schon. Genau. Gut, bis bald, macht's gut. Ciao!